Mein Name ist Spannhard Rösch, ich bin Geschäftsführer der Almatik Jakob Spannsysteme GmbH. Wir sind einer der führenden Hersteller für Maschinenschraubstöcke. Wir stellen Maschinenschraubstöcke her, das sind Schraubstöcke, mit denen Teile auf Fräsmaschinen festgehalten werden. Das Titan Profi Set besteht aus unserem Titan TC, allseitig geschliffen, einer unserer flexibelsten Spanner, die wir haben. Dazu haben wir das Grip Set Koffer, enthaltenen Spannbacken, Mobil, Fix, die Gripper, Zweispitz, Universal Grip Set und sämtliches Zubehör in der Grip Technologie. Das funktioniert so weit, dass Sie sämtliches Rohmaterial damit individuell spannen können, egal welche Form, welche Geometrie Sie spannen wollen, Sie können alles damit machen. Das Titan Set funktioniert auf der Basis unserer bekannten Spannsysteme, basierend auf der neuen Grip Technologie. An meinem Job liebe ich, dass ich in der Firma sehr viele Freiheiten habe und wir den Markt mitbestimmen können.